So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge, Black of, ach ne, gar nicht, Call of Duty, Warzone auf Mobile, das heißt hier nochmal ganz kurz, die Variation benutze ich halt, Playstation 4 Controler in Kombination mit so'n kleinen Clip, kriegt man auf Amazon, ich weiß gar nicht, 12 Euro oder was, und da das Game an sich den PS4 Controler unterstützt, ist das halt mega nice, und kann ich echt nur empfehlen. Also für die Leute, die jetzt hier wirklich keinen PC haben, oder keine Konsole, oder 8 Jahre sind, und Mama nie erlaubt, könnt ihr kostenlos runterladen. Na geil ist, ihr könnt Teamchat und Voicechat alles ausschalten, ihr müsst die ganzen kleinen Kiddies nicht hören. Hat alles seine Vorteile, mein Hübschen. So, wo geht's lang, wo wollen wir raus, mir ist es gleich, sucht euch was aus. Boah, das hat sich gereimt, das hat sich gereimt, voll gut. Globale gemeinsame militärische Operation. Dritte, jejejeje. Okay, wo wollen wir hin? Was ist euer Ziel? Sonst suche ich hier aus. Busbahnhof. Wir wollen in den Busbahnhof, das wäre wunderschön. Wir wollen in den Busbahnhof. Da kannst du killen gehen. Und so ist es ganz einfach, die Fortnite-Spieler fertig zu machen, die zwölfjährigen Fortnite-Spieler. So sehe ich das auch. Ganz genau so. Ne? Wir gar nicht wissen, wie viele Kinder schon weinen. Wegen uns. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter, dass wir direkt die Waffen haben. Oder da, 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 da. Warum habe ich das nicht gesehen, vor allem der Hacke? Okay, es war da tragisch. Was ist das hier für ein Zeichen? Ah, okay. Ach, das ist die Sicht. Gut, 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 gut. Komm, mach mal auf die Puff. Rucksack, Kluser, Rucksack. Alles klar, alles dabei. Läuft. Geh mal da rein. Waffe dabei, M16. Dankeschön. Hier noch eine schöne AK. Ach, nee, ist gar keine AK. Ist eine ASM. Oh, was habe ich denn hier? What the fuck? Alter, dein Ernst? Nein. Das ist mir zu viel. Feuer und Raketen. Okay, übertreib halt einfach. Hol halt einfach die großen Geschütze raus. Okay, war hier schon jemand drin? Wie Fürstblatt. Jetzt eine Tage. Oh, Motorrad. Nice. Okay, sie haben Munition. Benötigt unserer Kompagnon. Das ist ja wieder total toll. Was haben wir hier? Terminal. Ja, lassen wir uns Terminal schauen, aber da ist schon jemand am Looten. Du bist hier looten, dafür wirst du bluten. Jetzt musst du dich aber spüren. Neuner Munition ist hier. Oh, guten Tag. Erste Hilfe-Küfferschen. Nicht, dass wir es benötigen als Sanitäter, aber man weiß ja nie. Äh, die Waffe hätte ich gerne. Dafür würde ich diese gerne austauschen. Dankeschön. So. So. Okay. Und wir sind sogar in der Zone. Wunderbar. Okay, wo? Aber Wally hat ihn schon erledigt. Wally hat... Wo? Okay, ist down. Ich schieße in den Anus. So, Lolo, wo bist du denn überhaupt? Himmelarsch und zwiebeln. Er lässt uns wieder im Stich hier. Ich stehe mitten auf der Straße. Das ist nicht so toll. Ist down? The revived flight will arrive in one minute. Achso, das ist meiner. Das ist Wally. Moin, moin, Shadow. Grüß dich. Hi. Ich bin so aufs Spiel konzentriert hier. Ich habe gerade den Chat nicht gelesen. I'm very sorry about that. Hier war nichts. So, dann gucken wir mal. Wer schießt denn da wieder? Okay, Wally ist am Schießen. Ich komme bei Wally. Ich komme von rechts rum. Hast du ihn erledigt gehabt? Sieht fast so aus. Ich weiß nicht, was Wally vorhat. Ja, ja, der Papa kommt. Okay, go, go, Power Ranger. Äh, Black Flavor. Schnappst du ihn. Gefährt. Hier, schnapp dir einen Partyboost. Oh, nice. Ah, da sind mehrere Extras dran. Ah, jetzt checke ich das erst mal. Mega. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen, aber hey. Habeln ist besser als Power Ranger. Werden wir schossen. Okay, ich glaube, der ist down. Soll ich euch kurz heilen? Kommt mal ran hier. Komm, alte Papa. Oh, da ist noch einer. Okay, ist down. Ihr legt euch mit der falschen Hut an. Okay. 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 Wird sich das doch richtig? Okay. Und jetzt? Dann mal kurz auf die Karte gucken. Moin, äh, Romeo, grüß dich. Boah, lange nicht gesehen, ey. Hi. Wer beschossen? Ach, okay. Das war ein Quickie. Enten sind aber auch Leute am fighten. Ja, freut mich auch. Ist echt schon eine Weile her, ne? Aber weißt du, was immer... Oh, was immer witzig ist. Auf Arbeit kann ich mich nie an einen Namen erinnern, ne? Wenn irgendwie neue Mitarbeiter da sind. Wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Ah, meine Zuschauer, ne? Zack. Drei Jahre nicht da gewesen. Ich weiß, ich kenne dich noch. Ich weiß direkt, okay. Der, äh, läuft da bei mir. Alter, geh doch nicht allein da rein. Boah, zu wiedergereikt, ey. Meine Güte. Ist total in PoE verfallen. Okay. Ja, PoE konnte ich mich nie mit anfreunden. Aber vielleicht werde ich beim zweiten Mal reinschauen. So, da ist einer drin. Okay. Okay. ok gönn dir also warte mal hier lassen wir drüber gucken wo muss noch einer sein gerade sich der den suche aber trotzdem keine chance auf die distanz nach hinten müssen gucken leute ok ab in die border ich habe einen Okay, bleib mal schön zusammen jetzt hier. Black, komm ran hier. Kommen wir zum Papa. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, das meinte ich. Nice, good shot. Da ist noch jemand drin. Oben ist jemand. Ach, der ist rausgesprungen. Okay. Kann man mal machen. Okay, alle einmal sammeln. Papa, Teilung. Es leben noch 27 Leute. Okay, da hinten. In diesem alten Fabrikgebäude. Oder hinter uns. Oh, Black Flavor. Ich sag doch, komm doch mit. Ich komme. Black Flavor. Stay safe. Ist er los, oder? Al wegen, oder? da kommt jemand He's down. Okay. Was? Klatsch. Du bist jetzt still. Bam. In your face. Okay, er geht wieder ab. Okay. Sehr schön. 21 Leute. Unsere Lehren noch komplett. Ich dachte, da oben ist einer drin, ey. Ich geh trotzdem mal gucken. Ich hab ein bisschen Paranoia. Äh, alles klar. Fall einfach runter. Lol. Lol. Okay. Der gehört doch schon mal nicht zu uns. Ist aber nicht schlimm. Hey. Genau. Fahr einfach gegen den Baum. Das ist vollkommen in Ordnung, ne? Mach ich auch immer, wenn ich Schlangeweile hab. In real life genauso. Ich nehm den nächstbesten Baum. Alles klar. Hast mir die Beine gebrochen. Okay, go. Nein, nicht durchs Wasser. Bist du dem des Wahnsinns. Okay, sehr gut. Genau. Lass mal da rein. Und go. Komplettes Squad von uns ist noch vollständig. Das ist mega. Oh, da kam die Bora. Okay. Okay. Das sind alles unsere Homies. Sehr gut. Die letzten fünf Teams sind noch am Leben. Okay, ist's down. Vier Teams noch am Leben. Wo? Da wo? Die sieht halt einfach geil. Oh. Na, das ging ja schnell. Schön. Mal gucken. Ein paar Kills haben wir auch gemacht. Der Überraschungskill, den fand ich persönlich am besten. So eine Killcam wär noch geil, weißt du? Schön, 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 schön. Wir gucken mal ganz kurz, wie unser Fortschritt aussieht. Ja, sieben Abschüsse. Wally immer noch 17. Wally, welches, äh, welchen Controller nutzt du, Alter? Der ist ja, deine Zielgenauigkeit ist einfach Porno. Alles geil. Er dance erst mal ordentlich ab. Grünschnabel vier ist fast vollendet. Stufe 19 sind wir jetzt. Das ist mega. Sehr schön. Sehr schön, meine Hübschen.